So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Shiny Zone 1 hatte ich eingeladen zu einem Raid Kampf. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Was ist das? Wintergarden, Ciada, New York. Da habe ich ja richtig coole Freunde am Start, aber ich kann den Raid natürlich nicht machen. Warum? Das liegt daran, dass ich keine Fan-Raid-Pacer habe. Wenn ich hier nämlich drauf drücke, seht ihr nichts. Ich kann auch nichts kaufen. Ich habe nur 95 Coins. Darum geht es jetzt aber nicht. Das ist nur gerade spontan hier entstanden. Ich möchte kurz ein Video machen über mein Marschado. Marschado, Marschado, Shadow wahrscheinlich. Also Shadow, Englisch. Was ich noch nicht abgeholt habe, was ich jetzt abholen möchte. Kurz mal meine Ausbeute vom Go-Fest zeigen, wo wir in Gera global gespielt haben. Für Necrozma und alles, was Necrozma betrifft, möchte ich aber trotzdem irgendwie noch ein extra Video machen. Dass das jetzt erstmal dieses eine Pokémon abarbeitet und das andere dann das andere. Ich gehe direkt mal hier rüber auf die Spezialforschung. Und da habe ich hier unten ja stehen, ein schattenhafter Streich 5 von 6, wo ich hier noch Bonbons abholen kann. Hier gibt es noch ein T-Shirt. Hier erscheint ein Pokémon. Das müsste jetzt direkt schon Marschado sein. Marschado. Marschado, genau. Und das hat wohl auch wieder so eine super schöne Animation. Ich zeige das extra deswegen jetzt hier live, weil es ja Leute gibt, die kein Go-Fest-Ticket hatten. Silvio zum Beispiel hat die ganze Zeit, also Scheinux, hat ohne Go-Fest-Ticket gespielt und hat sich, ich glaube, die ganze Zeit auch darüber geärgert, dass er sich eigentlich hätte eins holen sollen. Nein, weil, was, das habt ihr und das kriegt ihr und die Forschung noch und das auch noch dazu und das hat er nicht und alles, aber ich denke mal, es wird sowieso so sein. Hier ist Marschado für Ticket-Inhaber. Das heißt, wir kriegen das eher, aber wie man eigentlich kennt, irgendwie ein paar Monate später nach dem Go-Fest, wird das Pokémon meistens sowieso in der Spezialforschung für alle freigeschalten. Und die, die jetzt schon eins haben, kriegen dann meistens halt einfach noch ein paar Bonbons dazu. Das heißt, eigentlich verpasst man nichts. Man muss sich kein Go-Fest-Ticket kaufen. Man kann auch ohne spielen, weil man gerade diese Mysteriösen nachträglich hinterhergeworfen bekommt. Ich habe mir selber keins gekauft. Ich habe eins geschenkt bekommen. Deswegen habe ich das überhaupt so gemacht. Ich habe ja gesagt, das ist der Free-to-Play-Account. Ich werde nichts mehr machen. Kein Geld aufladen, nur noch mit den Münzen aus den Arenen und so rumrennen. Das hat super geklappt. Ich habe, glaube ich, 63 Raid-Pacer oder so grüne dann gehabt, weil ich mir ein paar Boxen leisten konnte mit den Coins. Verzeiht mir, es ist jetzt schon mitten in der Nacht gleich. Ich bin heute auch wieder 10 Uhr bis 17.30 Uhr rumgerannt, durch ganze Gera-Rates gemacht. Nochmal den ganzen Tag pralle Sonne. Dann gefühlt drei Stunden mit dem Auto wieder zurückgefahren. Jetzt ist es ja abends. Ich will das jetzt noch aufnehmen, aber eigentlich bin ich müde. Eigentlich möchte ich ins Bett. Das ist jetzt mein Marshadow mit 15.63 Uhr. Schade, dass man da gerade keine Beeren benutzen konnte, sonst hätte man da eigentlich Beeren genommen, weil er kann ja nicht fliehen, dass man gleich nochmal mehr Bongbongs kriegt. Man sieht auch schön hier hinten den Schatten, den er nach sich zieht. Hier wedelt ein bisschen was rum. Das Teil ist Kampf und Geist. Kampfgeist. Das ist cool. Und ist sogar ein drei-sterniges. Wie gut das jetzt ist, weiß ich nicht. Es kommt gerade hier mit 15.63 Uhr. Wenn wir es mal ganz hochziehen würden, wäre das auch 4.122 Uhr. Da kriegst du ja keine XL-Bonbons. Man könnte aber mit 268 normalen Bonbons das immerhin ziehen auf 3.646 Uhr. Also ich finde das Teil eigentlich cool. So vom Design her. Sieht ein bisschen gespenstisch aus. Der Zopf, was da rumwedelt. Ist das gut, ist das nicht gut? Das schreibt ihr mir mal rein, was ihr damit macht. Ich glaube in der GBL rennen manche dann schon wieder damit rum oder so. Brandon Ten hat glaube ich ein Video dazu gemacht. Habe ich gerade gesehen, als ich ein Bild gesucht habe. Aber das ist meins. Drei Sterne reicht mir. Was habe ich jetzt noch? Wenn wir mal in die Ausbeute reingucken und geben mal vier Sterne ein, sehen wir nichts. Das letzte viersternige Pokémon, was ich habe, ist dieses Rayquaza, was ich von Andi Mars getauscht bekommen habe. Das hat aber nichts mit dem Go-Fest zu tun. Also es gab bei mir kein 100%iges beim Go-Fest. Wenn wir jetzt auf die Shinies gehen, kann ich euch noch ein paar Shinies zeigen. Ich kann euch sowieso keine ausführliche Ausbeute zeigen, weil das Problem ist. Ich habe nur 1500 Pokémon Platz gehabt. Am ersten Abend saß ich im Zimmer, habe gesehen, oh, ich habe nur noch 10 Pokémon Platz. Dann bin ich auf Alter Null gegangen, bin auf Alles markieren und dann bin ich auf Wegschmeißen. Ich dachte, alles was shiny ist, bleibt ja dann sowieso im Beutel. Alles was legendär ist, bleibt ja im Beutel. Das passt schon. Ich hatte aber dieses erweiterte Verschicken irgendwann mal angestellt. Das heißt, alle Nekrozma, die ich am allerersten Tag geradet habe, alle Ultra-Bestien, die ich am ersten Tag geradet habe, sind weg. Waren verschickt. Ich habe eigentlich an dem Tag, wollte ich mit Denise tauschen. Die wollte Voltrian. Ich habe gedacht, naja gut, ich habe hier, glaube ich, fünf, sechs Stück gemacht oder so. Ich gucke, ich habe genau ein einzelnes Voltrian im Beutel gehabt und das war auf Level 15, weil es mal aus einer Quest am Ende irgendwo rauskam oder aus so einer Belohnung. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wo sind die Voltrian hin? Gut, man muss sagen, wir waren vorher beim Griechen essen. Da gab es fünf Uso, zwei Bier, dann zu Hause nochmal zwei Bier zum Essen und beim Warten auf das Essen nochmal zwei Bier, also tagsüber Bier. Es war ein heftiges Wochenende auf jeden Fall. Es hat aber mega Spaß gemacht. Jetzt war einfach alles verschickt. Ich hatte nichts mehr. Aber was geblieben ist, sind trotzdem Shinies. Wenn ich jetzt mal hier reingehe, sehe ich, wo hat es denn angefangen? Ich glaube, bei diesem Hoppspross müsste es angefangen haben. 13.07. Genau, das war nämlich der Samstag. Hoppspross ist hier dabei gewesen. Ne, Krozma gab es. Das ist zum Glück im Beutel geblieben, weil es ja ein Shiny ist. Hat sogar als Shiny diesen Ultra-Pforte-Hintergrund. Und Wingull habe ich hier gekriegt. Hut, Hut gab es nochmal. Hut, Hut, wieder Ne, Krozma, diesmal ohne Hintergrund. Ein Pikachu. Das heißt Silcacu. Weil wir im Team, genau, wir hatten ein Team gemacht. Super Sani und Shinox plus ich, weil die anderen waren zu viert in einem Team. Wir haben zu dritt ein zweites Team gebildet. Und immer wenn wir so bestimmte Aufgaben gemacht haben, gab es ja hinten aus der Team-Quest immer ein Pikachu zum Beispiel. Und da war das Shiny drin. Aus dem Silvio, seinem organisatorischen Team heraus, das Pikachu. Also nennt es jetzt Silcacu. Das fand ich cool. Ich habe noch keinen Shiny-Pikachu gehabt auf dem Account. Deswegen haben wir das gern mitgenommen. Dann haben wir hier ein weiteres. Ne, Krozma, Shiny, hier ist Ilumise dabei. Hier Grabox, immer noch 13.07. Grabox war mega nervig. Ich habe in dem einen Pfad nämlich Grabox gewählt. Musste dann sieben Grabox fangen. Und habe fast fünf Stunden gebraucht, um sieben Grabox zu fangen. Das lag aber am Go+++, denn ich muss, kann glaube ich sagen, ich habe nur die Raid-Bosse per Hand gefangen. Und wenn halt was aus Quests war, ansonsten habe ich den ganzen Tag einfach nur das Go++++ nebenbei laufen lassen. Für Stops drehen, für Pokémon fangen. Es sind also so viele Shinies bestimmt einfach auch geflohen, geflüchtet. Immer wenn ich in meinen Beutel geguckt habe, standen untereinander zehn Sachen, die geflüchtet sind. War mir ja egal. Ich wollte labern, ich wollte rumlaufen, ich wollte mir die Gegend angucken, ich wollte Bier trinken. Das hat alles gepasst. Und so sind alle Shinies mit dem Go++++ gefangen. Hier, da ist noch ein Teddy Ursa drin, ein Shiny. Dann ein Negrotzma. Das habe ich dann getauscht mit Denise, genau. Sie hat da... Ist das überhaupt? Müsste sein, oder? Ne, warte mal, das ist Mary. Das ist Mim. Von Mary, genau, gab es auch Shiny gegen Shiny. Oder auch nicht Shiny. Ne, aber gab es ein Shiny für mich dann hierher. Das seht ihr ja. So, ne, Grotzma. Also egal. Ninkada, 14er, ist heute Sonntag. Ninkada von Sonntag, Kleinstein von Sonntag. Hier Izzi. Da waren wir gerade noch im Stream. Wir haben ja Samstag und Sonntag immer von 10 bis 12 Uhr gestreamt, unterwegs, direkt live aus Gera. Haben da Raids gemacht, haben Zuschauer mit eingeladen. Da kam einer rein auf einmal und so... Hey, you look Izzi. Oder hey, du bist übelst Izzi. Ne, du siehst richtig Izzi aus. Oder... Irgendwas mit Izzi war, ich dachte, da stand, du siehst heiß aus. Aber ich sah Izzi aus. Vielleicht busy, beschäftigt, Izzi. Und da in dem Raid plötzlich, boom, Izzi. Ich lese Izzi. Dann kommt das Negrotzma in den Fangbildschirm. Ist Shiny. Habe ich gedacht, gut, dann nennen wir das jetzt einfach Izzi. Ich weiß den genauen Zusammenhang jetzt nicht mehr. Wenn ihr den Stream nachträglich mal guckt, dann werdet ihr es wahrscheinlich raushören. Hat auch den Hintergrund. Dedenne ist hier dabei. Kabuno ist hier dabei. Girafarig ist hier dabei. Lichtl ist dabei. Sogar ein XXL. Das ist eigentlich auch ein schönes Pokémon. Nochmal Grabox. Nochmal Negrotzma. Wieder mit Hintergrund. Wieder Grabox. Pikulente. Was ja auch relativ frisch ist im Event. Davon weiß ich nicht. Ich werde mir nichts entwickeln. Ich kann noch ganz kurz... Ne, das machen wir... Doch, ich kann euch zeigen, hier ist ein Voltrian drin noch. Das ist aus der einen Quest. Die Freitag. Bis Freitag lief. Eigentlich wollte ich da ein extra Video noch machen. Die Nachteile von... Die Nachteile von... Von... Von Free2Play. Und... YouTube-Videos. Weshalb es Glück im Unglück ist, dass ich dieses Voltrian habe. Weshalb ich aber kein Mosquito und kein Kargoron aus der Quest bekommen habe. Hm. Weil man immer alles zeigen will. Und plötzlich ist es schon weg. Und man kann es gar nicht mehr zeigen. Nee, aber dieses Voltrian habe ich da vor den Akkarten kurz mir abgeholt. Noch schnell. Das war in dieser Quest, wo man 10 Raids machen musste. Die hat ja jeder gehabt. Bei mir sind genau am Freitag die 10 Raids fertig geworden. Weil ich jeden Tag 2 Stück machen konnte. Und ich hatte einen shiny Voltrian hier drin. Das ist cool. Ich werde jetzt auch, glaube ich, Lucky Trades mit Voltrian machen in nächster Zeit. Weil ich Voltrian irgendwie gut finde. Das ist ein Elektro-Pokémon. Und das ist schon passt. Ansonsten, was gab es sonst noch? Nichts, oder? Soll ich mal kurz XXL eingeben? Ob wir irgendwas XXLiges noch haben? Hier ist ein XXL Skaluk. Das Lichtl kennt ihr. Hier Hut, Hut. Sieht man. Ist halt auch richtig fett und groß. Achso, ich müsste eigentlich, glaube ich, noch das Majadon hinten die Belohnung abholen. Also hier habt ihr nochmal EP. Hier habt ihr Staub. Hier habt ihr Sticker. Hier habt Bonbons. Hier habt ihr eine Pose. Alola Gruß-Pose. Müssen wir das noch einstellen. Wie geht denn das jetzt wieder? Schrank. Posen. Alola. Alola Gruß-Pose. So, die ist dran. Äh, Digga, was machst du da? Wie komme ich denn jetzt auf T-Shirts? Hier steht Oberteile. Ist das das Majadon T-Shirt? Ja, da ziehen wir das halt jetzt auch an. So, jetzt steht er da. Macht so. Hat einen Majadon gefangen. Hat, äh, seine Gruß-Pose da. Aus dem Ticket. Also das habt ihr mit Ticket. Habt ihr ein Ticket gehabt zum Go-Face? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wie war eure Ausbeute? Was habt ihr so gekriegt? Bei mir kein Hunderter. Eine Handvoll Shinies. Wir waren die Shinies eigentlich wurscht. Ich wollte raiden. Ich wollte Necrozma raiden. Ich wollte ein gutes Exemplar kriegen. Ich wollte die nächsten Lucky Trades mit Necrozma machen. Aber ich glaube, ich mache die jetzt einfach mit Voltrian. Und so Necrozma gibt es ein extra Video. Wie gesagt. Das war's mit Masha-Doh. 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 Peace out, Vorhaut. Euer Ramse. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch die zwei Streams nachträglich an. Lasst sie nebenbei mal laufen. Hört mal rein. War ganz chilly, glaube ich. Okay. Ciao. Oh.